Hallo, herzlich willkommen! Wir öffnen heute das siebte Türchen und ich möchte euch eine Band vorstellen. Die Band, in der ich singe, Le Belle du Swing. Hier sind wir. Ich finde, wir sind wirklich schön. Le Belle du Swing. Und wir haben eine wunderbare Weihnachts-CD gemacht, zeitlos. Die kann man immer anhören an Weihnachten, ganz egal welches Jahr man schreibt. Und es sind bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder, wirklich detailverliebt und ungewöhnlich arrangiert, gut dargeboten, alles mit deutschen Texten. Man versteht also auch alles. Und ich finde, es ist ein wunderbares Geschenk auch für Weihnachten. Wenn ihr wie ich auch so um die Weihnachtstage rum doch auch gerne mal etwas weihnachtliche Musik hört, dann ist diese CD, wie ihr vielleicht hören könnt im Hintergrund. Einfach wunderbar. Gewinnt diese wunderbare CD von Le Belle du Swing. Esprit der Weihnacht. Und ich finde, wir sind die Weihnachtslieder. 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 Vielen Dank.